Hallo und herzlich willkommen bei Binibooks. Ich habe diese Raupe gebastelt, eine Raupe als Geschenkbox. Es sind fünf kleine Geschenkboxen. Es gibt ja von mir bereits Plotterdateien von Raupen, einmal als Adventskalender und als Geschenkbox. Und jetzt habe ich überlegt, wie kann ich doch so eine Raupe basteln ohne einen Plotter. Ich habe ein bisschen rumgetüftelt und das ist dabei rausgekommen. Die Sachen, die ich verwendet habe, verlinke ich euch in der Infobox. Und wenn ihr sehen möchtet, wie ich diese Raupe gebastelt habe, dann schaut euch doch mein Video an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020